Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ernährungscoaching teil und konnte bereits großartige Erfolge erzielen. Nun befürchtet der große graue Dickhäuter, dass dieser Effekt durch Nikolaus zunichte gemacht wurde, da er alle seine Süßigkeiten auf einmal gegessen hat. Hier kann das Bodywissensbad Kreuznach beruhigen. Hin und wieder darf ein sogenannter Motivationstag eingelegt werden, an dem Elefant und auch Mensch auch einmal sündigen darf. Das pusht den Stoffwechsel. Wichtig ist nur, dass danach wieder maßvoll und gesund gegessen wird. Wie das geht, zeigt das Bodywissensbad Kreuznach heute in einer weiteren Live-Cooking-Session. Gabi, was kochen wir heute? Ja, hallo Freunde, wir machen heute, also Frauk und ich, wir probieren uns heute in eine Suppe. Das heißt, es gibt eine klassische schnelle Gemüsesuppe nach Mylineart. Das heißt, ihr dürft gerne wieder mitkochen, einkaufen gehen. Wir laden das ganze Ding wieder hoch. Einmal bei Facebook, auch in der App. Und ja, dann freue ich mich auch heute Abend und schauen wir mal, was da rumkommt. Ja, danke Gabi. Also, ich freue mich auf jeden Fall auch. Es wird lustig. Also, meine Damen und Herren, schalten Sie ein. Heute um 18.30 Uhr. Live auf Facebook und YouTube. Ich rühre jetzt zu. Ich rühre sie überall auf Facebook. Untertitelung des ZDF, 2020